Er hatte einen schweren Stand an einem Abend, bei Kaldal war er zu Gast, bei Dallas. Was da passiert ist, das gucken wir uns jetzt an. Hallo Roland, braun und abgebrannt. Ich arbeite im Gegensatz zu dir. Du hast schon ein Drei-Tage-Bad, das heißt, Moment, brauchst du dich nicht zeigen an der Öffentlichkeit? Oder fällt das schon unter das Vermummungsgesetz? Wie bist du dann zum Sänger geworden? Das ging los, irgendwann mit sieben Fässer, war ja so, war das dein erster Hit? Nein, mein zweiter. Was war denn der erste? Der hieß Freitags heißt allein. Kenn ich nicht. Also war es doch der erste. Ich möchte ihm halt noch ein bisschen was aus der Nase kitzeln, weil es ja schwer ist heute. Ein guter Sänger muss ja nicht immer ein guter Verbalakrobat sein. Das verlangt ja auch keiner von ihm. Es gibt keinen Grund, komisch zu sein, nur um komisch zu sein. Ich weiß jetzt bis heute noch nicht genau, bis zum Moment noch nicht genau, ob das jetzt so eine Masche ist. Und nachher, wenn alles vorbei ist, Alter, war das schon so normal. Oder ob du so verletzbar bist, dass wir im Grunde gar nicht mehr über dich sprechen dürfen. Wir dürfen auch nicht mehr über dich denken. Ich hätte eigentlich gar nicht herkommen dürfen. Oh, jetzt kommt Applaus. Und warum hättest du nicht herkommen dürfen? Das kann ich dir sagen, weil die Form von Talkshow mir nicht gefällt. Ich bin zu einer Talkshow eingeladen und nicht hier als Stimmungskanone eingeladen. Du schuldest deinem Publikum heute Abend, dass du sie unterhältst. Und nicht, dass du sauer bist. Nein, das kann man nicht programmieren, Heidi. Tut mir leid. Naja, dann hast du einen Fehler gemacht. Richtig. Ich sage ja, ich hätte nicht kommen sollen. Ich finde das richtig, was Sie sagen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit meinen Kollegen. Alles Gute. Tschüss. Da war er weg, der gute Roland, ne? Wann hast du denn gemerkt, dass der das gar nicht so lustig findet? Und dass er das ein bisschen gegen den Kamm geht? Zwei Minuten vor seinem Abgang habe ich das gemerkt. Da war er nicht mehr zu retten. Aber was ich fairerweise mal sagen muss, wir waren nie richtig sauer aufeinander. Wir haben uns sehr schnell wieder versöhnt. Und er war wieder in meiner Talkshow und ist geblieben. Aber darüber schreibt die Presse nicht gerne. Warst du denn danach lieb zu ihm in der nächsten Sendung? Nö. Warum soll ich lieb sein? Der hat mich einfach verlebt. Absolut. Vielen Dank.